Jetzt dritte Stadt gründen. Ja, ich muss auch mal wieder in die Stadt gründen, aber... Meine Stadt heißt... Keine Zeit. Bam! So, aber noch einen genommen. Ach du Schande. One Salwan. Gar nicht gut. Ja klar, immer doch. Aber mir ist gerade ein Problem, weil... Hier habe ich zwei Megatrupps von Barbaren und ich habe nur noch einen einzigen Reiter. Ups. Ah, okay, nächste Runde. Yeah. Okay, nächste Runde kriege ich eine öffentliche Verwaltung. Das heißt, ich kann einen Pikner machen. Die haben Stärke 10. Und können, glaube ich, auch weit laufen oder so, weiß ich nicht. Na, ich habe... Nee, die können nicht weit laufen. Die habe ich schon. Ah, toll. Können nur zwei Felder laufen. Ah, zwei Felder. Ach, da steht ja auch Züge 2. So, warte auf Spieler. Was ist denn... Alter, ihr wollt hier schon Stallungen hin? Nee, ach, Stallungen, mein Gott. Äh... Seit wann haben denn die Barbaren auch Pikner? Oder wie heißen die? Alter, jetzt wird schon hier im Hintergrund irgendwie gesungen. Was? Nikimo Mama... Oh, bei... Ach so, bei dir. Ja, im Hintergrund. Ich habe gar keine Musik an. Echt? Mach ich Musik doch mal. Hat immer angeschaut. Ja, bei mir sind da hinten einfach welche gestorben. Tada. Oh, Forschungwellen. Was mache ich denn? Kompass bringt mir einen Hafen. Äh, ist eine... Hui! Hm. Kultur bringt mir das hier hoch und noch Unterhalt, aber... Hm. Ich glaube, ich mach mal Ritterlichkeit, weil die schlägt schön rein. Da krieg ich schöner. Ja, noch 16 Runden bis Ritterlichkeit. Bei mir waren das 28 oder so. Oder 24. Ja, bei mir sind's bei Ritterlichkeit 25. Weißt du, was ist mir gerade ein Problem? Bei mir ist es auch noch ein anderes Problem, weil hier gerade Barwaren kommen. Mal wieder an. Scheiße. Fuck, wo kommen die mit schön her? Hier hinten ist doch nichts mehr, dachte ich. Da muss man wieder Leute losschicken. Mein Gott, wie dank doch, dass hinten noch vier Runden für den Markt. Eine Einheit befördern. Mach mal hin, ne Dude. Ich bin hier gerade mit 30.000 Trupps hinten am Angreifen und meine ganze andere Seite ist ungeschützt. Nicht gut. Ich dachte, hier hinten kommt niemand mehr. Okay, hä? Was ist jetzt los? Ach, ich hab schon wieder zu lange irgendwas, nichts gemacht. Ihr habt öffentliche Verwaltung entdeckt. Ihr habt. Klappe, ähm... Wurde euer Reiter zerstört? Wurde schwachen, ne? Wie? Was? Hä, welcher Trupp wurde denn jetzt gefangen genommen? Hä, das verstehe ich nicht. Ach, hier hinten. Ah. So, lade. Was machen die? Meine Fresse. Ihr seid PNR. Außerhalb der Schusslehrweite, oder was? So, beschießt die mal. Ihr kommt mal hier rüber. Nächste Runde. Gott, ich komme aber nicht weiter. Warten auf Spieler, meine Güte. Mann, die keine Kavallerie. Ja, bei mir ist schon wieder ein Bautrupp eingenommen worden. Die Barbaren kommen einfach von überall her. Ich hab doch schon hier hinten alles fast erforscht. Nicht. Und hier hab ich zwei Trupps gegen... Alter. Das geht gar nicht, klar. Mann, wir haben doch immer kein Thema. Du wolltest dich darum kümmern, Maxi. Wollte ich das? Ja, das wolltest du. Weiß ich nicht. Meine Güte, was sind das denn hier für Angsthasen? Jetzt rennen die sogar noch weg. So, ihr macht die einfach so fertig. Und ihr... Zack. Kaputt. Nächste Runde. Die bringen die also ins nächste Barbarenlager. Das heißt, ich glaube, hier müsste da noch eins sein eigentlich. Beim Sumpf. Äh, zwei Runden hier noch. 35 Runden. Was für ein Entbautrupp. Würde ein Manni produziert. Und das dauert 35 Runden. Alter. Oh. Ah, cool. Die Städte sind vereint jetzt. Beide. Gut, mein Reich ist vereint. Ei, 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 ei. So. Biene. Schnee, Hügel, Berg, Fluss. Ja. Hm. Ich habe noch nicht mehr Ahnung, wo ich überhaupt bin. Wo du überhaupt bist, Maxi. Ja. Was die App ist. Groß. Ja. Äh, was ist jetzt los? Warum kann ich nicht zoomen? Achso. Groß sitzen. Was ist das? Was heißt das eigentlich? Heißt das, dass da zufällig... Dove... Ne, das heißt einfach nur Berge. Lade, lade, lade. Lade. So. Hier sind sie doch. Warum hat das gerade so geleckt? Oh, habe ich nur noch 30 FPS? Okay, jetzt geht es wieder auf 60. Ähm. Ach, ihr kommt mal hier rüber und baut hier die Straße zu Ende. Nächste Runde. Also muss hier noch irgendwo ein Barbaranlager sein. Das wird aber gleich dann eingenommen. Und ich glaube, die schicke ich doch lieber zurück. Weil... Also ein bisschen Respekt hat man dann schon. Doch, noch vor denen. Den? Ja, von den Barbaranlager. Wenn die hier plötzlich wieder bei mir hinten einfallen, dann habe ich keine Bautrupps mehr. Die Stadt kann sich ja nicht so gut verteidigen. Oder da. So. Ja, nix. Alter, du hast viel zu viele Truppen, Maxi. Ganz klar. Ja, Kunden. Habe ich gar nicht. Na klar. Aber die hätte auch jetzt Ewigkeiten. Ja, ich möchte mal irgendwas angreifen. Genf. Warte doch auf mich. Warte doch auf mich. Hier kann ich mit angreifen. Wo weißt du denn, wo... Wo soll ich denn wissen, wo du bist? Ähm, kannst du mal was anderes angreifen außer Genf? Hier gibt es noch so einen anderen schönen... ...Ding, den ich nicht weiß, wie er heißt. Kann ich ihn treffen? Ja, Mann. 2 Truppen, ach du Schande. Boah, ich habe schon 580. Und gleich auch noch 2 Dingens-Truppen. Ähm, okay, Kaserne. Plus 15 EP für alle. Äh, das, wenn ich das mache, dann kriege ich schneller... Hm. Nahrung habe ich genug. Eigentlich Gold fehlt mir wirklich. Was gibt mir denn Gold? Ach komm, baue ich eine Kaserne. So, und ihr könnt einfach mal hier hingehen und... Ach komm, das wird einfach ein schönes Land hier. Flachland. So, jetzt muss ich irgendwie die beiden Truppen hier abfangen. Dann habe ich 2 Trupps. Und hier unten muss ich gucken, wo das nächste Bewahranlager ist. Was die die ganze Zeit aufsuchen. BZW hier hinten. Ach nee. Ach, ich bin so doof. Kann ich das nochmal ändern? Ja, ich möchte nämlich Sperr machen. Weil dann kann ich mich eigentlich mit den Sperren mal weiter erforschen. Und ja. Dann mache ich erst... ...Kaserne. Ei, 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 Ritterlichkeit dauert noch immer 21 Runden. So, warten auf Spieler. Ja, bei mir auch. Warten auf Spieler. Die, äh... Song-Hai-She-Stadt. Lucking 22 City. Modernisierung. Straße. Ach, ihr seid aber nett. Ihr kommt sogar zu mir gelaufen. So. Produktion wählen. Ähm, obwohl ich könnte natürlich auch einen Kornspeicher machen. Ja, mache ich das mal. Äh, ihr baut hier die Straße. Und ihr... Erkundet mal. Und ihr... Ach. Könnt doch mal weitergehen. Guck mal mit. Noch jemand? Nö. Da habe ich nochmal zwei Bautrupps. Dann kann ich die hier irgendwo... Wann geht es eigentlich das da hinten? In 10 Runden. Und bei Gao... Äh, nicht bei Gao. Bei Manni. In gleich diese Runde oder was? Okay. Ups. Mein Gott, ich komme immer ans Mikro. Meine Fresse. Ei, 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 ei. Oh, ich würde mal so gerne alle... Barbaren-Trupps hier einfach mal fertig machen. So, ihr seid am Zug. Ihr könnt euch heilen. Ähm. Ach nee, ich kann euch sogar aufrüsten. Die Bautruppen sollten auch mal hier rüber kommen. Ähm. Hier kommt auch der rüber. Genau, wieder Bautrupp. Der kommt einfach hier hin. So, jetzt hier könnte ich eigentlich nochmal schnell aufrüsten. Bam. Zu Pikener. Nice. Okay, das machen wir... Alter, jetzt mache ich schon wieder Minusgeld. Was reimt sich auf? Was? Was ist Maxi? Was reimt sich auf was? Was reimt sich auf Minus? Nichts. Ich weiß auch nicht, wovon du... Alter. Ja, warum mache ich denn jetzt wieder Siedler? Ja, weil du die halt brauchst. Ich will keine vierte Stadt. Ich schon. Nee, ich will eine dritte Stadt. Ich glaube, das nächste, was ich hier oben mache, ist ein Siedler. Dann baue ich mir noch eine Stadt. Dann mache ich noch eine Stadt. Dann baue ich noch eine Stadt. Ja, mei. Ja, mei. So, ihr geht mal hoch. Ähm, ihr toller Tropier kommt nach hier oben. Jetzt geht meine FPS schon wieder runter. FPS, hallo? Geht nach oben. Ja, geht doch. Und ihr kommt mal nach hier oben. Und ihr heilt euch. Siedler. Hier könnte ich eigentlich mal einen Bautrupp hinschicken und die einfach mal platt machen lassen. Oder einfach mal hinbauen lassen. So. Plus Null. Okay. Money ist gewachsen. Ihr seid Tyrus begegnet. Oh. Barbarische Trupp. Alles klar. Äh, ihr geht mal hier hin und baut da gleich was. Äh, ihr Piekener könnt hier eigentlich Bereitschaft halten. Ihr könnt eigentlich mal nach woanders hingehen. Und ihr, äh, ihr... Ach, riecht mal den Bauernhof, der ja noch immer nicht fertig ist. Ihr Leutchen geht nach hier oben. Und ihr kommt hier einfach lang erstmal. Ach, so. Dann Produktion wählen. Siedler. Genau, mache ich mal die Siedler und gehe auf die nächste Runde. Ich kriege zwar kein Geld mehr, aber... Ja. Irgendwie schon. Bald. Irgendwann. Hoffentlich. Wenn ich die nächste Stadt gebaut habe. Warum ist meine Zufriedenheit eigentlich so niedrig? Nur vier. Oh, insgesamt... Ich glaube, minus fünf. Was? Minus fünf? Also rote fünf. Bei Zufriedenheit? Ja. Insgesamt 23 Zufriedenheiten aus Quellen. Zwölf aus dem Besitz von mindestens einer Ressource der folgenden Luxusgüter. Plus vier aus Edelstein. Plus vier aus Zucker. Plus vier aus Baumwolle. Null aus Sozialpolitik. Zwei aus Gebäuden. Neun aus Schwierigkeitsgrad. Ähm. 19 Unzufriedenheit aus Quellen. 20 Unzufriedenheit. 20 Zufriedenheit. Neun durch die Anzahl von Städten erzeugen. Äh. 14 durch die Bevölkerung erzeugen. Erlisten. Okay. Jetzt mal auch mal schnell weiter. Ich muss mal wieder hier weitermachen. Ja. So, das goldene Zeitalter. Wann kommt das denn endlich wieder in... Lange, lange Zeit noch. Plus zehn von Städten produziert. Ich habe zwei Pferde und null verwendet. Hier hinten sind schöne Pferde. Und hier sind... Hier ist... Äh... Vieh. Ja. Ja.